Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Campbell. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Rise of Kingdoms. Ich werde es mal sofort starten. Ich habe schon heruntergeladen und ja, mein IT-Account natürlich wiedergefunden. Noch was sagen? Na, das war es eigentlich. Gut, dann fangen wir mal an. Hier ist ein Unterpunkt. Download. Okay, Download. Wie lange? 64 MB. Geht ja ganz schnell. Dann hauen wir mal hier rein. Alles abarbeiten. Forschung fertig. Das machen wir später. Ist ja hier eine Daily. Okay. Und was ist das da? Gut, dann schauen wir mal kurz in der Gilde rein. Gilde? Gilde? Wo waren die? Ich habe ja meine eigene Gilde letztens gemacht. Bündnis 20. Oh, ich bin alleine. Hm. Noch keine eingetretener Gilde. Bestätigen. Okay. Okay. Warte mal. War es bei dem Spiel? Wo ich innerhalb von drei Tagen... ...fine, ab? Nein, ich habe keine eingetreten. Ahh, ja, gut. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Gut. Dann fangen wir mal an, bei welchem Punkt, was ist da oben auf mein Profil. Ja, Kommandant. Ranger. Schaden am Bombaren. Ich glaube, das wäre Cesar dann. VIP. Beanspruchen. Beanspruchen. Da einmal reingucken. Das beanspruchen. Einmal zurückgehen. Reingucken. Nochmal zurück. Nein, das war's. Ah, doch. Hier. Auch nochmal reingucken. Möchte ich aber nicht haben. So weit bin ich ja noch gar nicht. Bin erst bei VIP 2. Aber hier ein Brief. Okay, beanspruchen. 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 Vor drei Tagen letztes Mal gespielt. Hm. Könnte sein. Ich weiß es nicht mehr. Was habe ich hier? Nichts. Hier nichts. Hier habe ich was. Beanspruchen. Okay, der Punkt ist weg. Da ist nochmal ein Punkt. Und der ist auch alleine verschwunden. Es war es nur anschauen. Kalender. Hier ist irgendetwas. Hallo? Habe ich doch schon. Verimpfen. Prüfen. Okay, gut. Hi. Verimpfen. Die Uhr. Dann das Ding. Und dann das Ding. Okay. Okay. Dankeschön. Einmal gratis. Ich muss Level 9 sein. Der sagt hier 1. Das ist bestimmt dieses hier. Aber das kann ich noch gar nicht machen. Muss ich die 9 auch alle angucken. Okay. Ja. Es ist nur 1. Und das ist der hier. Und den kann ich ja nicht nehmen. Weiter geht's. Hier. Ein Brief. Beanspruchen. Okay. Alle löschen. Bestätigen. Fertig. Kommandanten. Ich brauche nicht runterladen. Ich brauche nicht runterladen. Ei, 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 ei. Sorry. Technologie. 20 spenden. Muss ich machen. Okay. 20 spenden. gegenstände Kampagne 10 stück ich darf die ganzen Trümen wieder aufmachen gut dann haben wir jetzt hier die ganzen sachen tagesaufgaben gut dann geht es jetzt los mit die Daydys wir fangen an Gefahrenbein, Bereicherungen, besiege einen Baban auf der Karte ich muss aber auch noch Leute heilen deswegen nehme ich einen Level 9 Oh eine Finstere Neue Trübe erstellen Marschieren ich habe eine Kampfkraft von 103 der hat die Kampfkraft von 700 700, 7000 oh oh das sieht schlecht aus das wird übel das wird ganz knapp doch das schaffe ich aber ganz knapp der ist schon rot jetzt bin ich erst rot besiegt jetzt sammeln 10.000 das ist dann Mais gehen wir da hinten sammeln Piropatra wir brauchen nur 10.000 deswegen die alle weg oh 10 minuten schon vorbei da 10.000 1 min 41 ist der Weg dorthin ist aber ganz schön weit weg anspruchen gut sind wir auf dem Weg dorthin Holz auch 10.000 auf dem Weg dorthin ich mag scheitern aber ich gebe niemals auf immer nur die Krieger 10.000 1100 ok wie lange ist der Weg dahin los wir werden unser eigenes land erschaffen gut 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 das war nächsten daily das machen wir dann später Baban machen wir auch wieder später Arzt 50 leute heilen ich habe 117 perfekt aber ich muss mich daran erinnern dass ich dass ich keine Leute angreifen mit level 10 bei level 9 war schon so knapp gewesen helfe einander das geht schlecht währt ein gebäude einmal auf das wird der wachtturm angesagt dann machen wir es mit dem wachtturm gut dann gehen wir zum nächsten am ende werden wir es dann beschleunigen solange lassen wir ein bisschen da rum arbeiten Gebäude einmal aufwerten sind wir gerade bei jetzt sind wir hier eigentliche Schicksal vier Silbertruhen öffnen 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 eine Silbertruhe zwei drei und die vierte machen wir jetzt schon vier bestätigen und hier haben wir die Gratis-Truhe öffnen bestätigen gut die vier Truhen geöffnet jetzt haben wir jetzt haben wir ja nutze fünf Ressourcen Gegenstände fünf Stück das war ja hier auch eine Ressource dann nehmen wir diese fünf bestätigen bestätigen auch keine oder vielleicht die hier waren das die Truhen gewesen fünf ja die waren das andere Truhen das waren andere Truhen gewesen gut das haben wir gemacht produzieren ok wir nutzen einmal den Nahrungsmittelschub danach benutzen wir den Holzschub dann benutzen wir den Steinschub tschubt 아 verbesserte Sammlungsschub stimmt warum haben wir den nicht erst gebracht bevor wir die anderen beiden losgeschick ham zum ernten wissenschaft gut das ist fünfmal ich fange immer mit dem schlechtesten an ich gebe den schlechtesten das beste 1 2 3 4 und die nummer 5 Talente auch freigespielt und jetzt sogar zwei Talente noch die hat auch zwei Talente Bogen dann machen wir den einmal voll und ja der hat auch zwei Talente sammeln ok das ist gut der sammelt Gold und der hat auch zwei Talente Cavalerie 2 1 1 1 ok dann geben wir auf was gehen wir denn hier ok ok wo hatten wir das hier wenn alle stärker gut die sammler sind wieder zurück dann müsste ich jetzt noch einmal Holz äh wir schon nochmal vorsichtshalber ah ist noch auf dem Weg oh nein geht zurück wir werden unser eigenes Land erschaffen wir werden unser eigenes Land erschaffen immer noch die 1 hier habe ich den und den ich bin ja gleich schon fertig hier nice 5 Gegenstände beim Händler kaufen ok wir gehen einkaufen 5 Stück ich probiere natürlich das billigste so wie immer zu kaufen weil ich bin noch nicht gerade sehr reich ich bin arm 1 2 3 4 4 und der ist so billig billiger ja 5 haben wir gemacht da sind wir noch bei jetzt muss ich noch einmal steine 7500 abfarmen abfarmen ok Truppe ich brauche nur 7500 ich brauche nur 7500 7500 gut gut gegenstände jetzt das sind wir auf dem weg damit müssen wir noch 2 Angriffe machen nehmen wir aber Bahn 1 hier müsste ja ganz schnell jetzt hier gehen und weg ist er gleich den nächsten Barbaren suchen angreifen und marsch 21 Sekunden und dann haben wir gleich die nächste Quest fertig durch supi beansprochen oh die sind fertig dann brauche ich den hier gar nicht mehr aber ich bin schon auf dem weg das schaffe ich sowieso nicht und lass mich abschließen sind noch fünf minuten beschleunigen fünf minuten gut bauen wir noch warten auf den der die steine abbaut das gleiche muss immer darauf drücken weil er einsteht muss er es beanspruchen es geht bei mir ganz leicht runter also ich hätte immer schlechter ich spiele es zu selten an die angriffe hier habe ich mit 6400 angegriffen verblieben 6200 ja verluste gibt es überall jetzt das war ja jetzt eigentlich alles müssen auf dem warten bis der wieder da ist schau mal auf den rückweg noch nicht wo war der eigentlich achte gut gehe ich in der stadt rein nächstes mal muss ich von unten nach oben empfangen dann geht vielleicht alles noch einen ticken schneller aber jetzt werde ich erst mal was anderes machen ich mache eine forschung an das geht nicht das geht auch nicht das geht nicht das geht ich werde etwas aufwerten was schlägt davor zu bauen na super da mache ich gerade die forschung ich kann nochmal hier ausbildung starten ausbildung starten ausbildung starten dann denke ich ich habe schon eine million steine obwohl ich nur ein steinbruch habe hier machen wir aus bitte der ist vier und der ist fünf ach das schon sechs machen wir aus bitte 20 minuten gut dann schauen wo der ist auf dem rückweg ja das gleich da schön was mache ich jetzt noch bis der da ist keine ahnung was ich jetzt noch mache die mauer muss sechs und das lager haus die mauer muss sechs und das lagerhaus doch das erst machen können naja egal doch machen wir aufwerten 10 15 und wir werten die mauer auf zack bündnis und das war es noch schon letzten brief anschauen alle löschen verwerfen bestätigen gut leute das war's für heute ziemlich schnell eigentlich bleibt höchstens 20 minuten dann sage ich mal dankeschön für zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid bis dahin wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen ciao ciao das war's für heute